Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft Rätsel Heute mit der Auflösung des letzten Rätsels und mit dem neuen Rätsel Was ihr in den Kommentaren auflösen könnt Und ja, letzte Woche habe ich folgendes Rätsel gehabt Und zwar, habt ihr diese Konzentration aufgebaut mit Wasser Hattet ihr eine Rätselspur und eine Rätsellampe Und jetzt wollte ich von euch wissen Durch welchen Block soll dieser Barrierblock gesetzt werden, damit diese Lampe geleuchtet Und die richtige Antwort ist Der Observer Block Das wird auch, glaube ich, korrekt in den Kommentaren aufgelöst Das heißt, wenn ich jetzt einen Observer Block mal hier nehme Dann seht ihr schon, was aktiviert hier den Observer Und dadurch finde ich die Lampe ja zu leuchten Nicht ganz regelmäßig, aber immerhin das passt auf jeden Fall Und das war so die richtige Lösung des Minecraft Rätsels Aber etwas einfacher Aber neuer Aber neuer Oder komm schon zum Rätsel für heute Und zwar, glaube ich, ganz gut, es war ein Kao Oder ein Schieb oder so immer Eine Harming Potion Harming 2 Und die Kuh Und dann habe ich zwei Harming Potion Wirft an Stücke Und zwei Fleischer und zwei Leder Jetzt möchte ich euch von nicht wissen Wie schaffe ich es Dass ich, wenn man in welchen Handpost auf einen Mob werfe Dass ich da viel, viel mehr Eignis rausbekomme Und das ist schon immer viel Leder oder so Wie geht das? Geht's kein Trick Durch den dann schön viel Leder rausverkaufen kann Und so halt, ne? Und, äh, ja, ist das Rindfleisch oder was immer Ich gehe auf jeden Fall in der Sache Wenn ihr die Antwort wisst, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben Das heißt Die Kuh Ich habe die Army Potion drauf Und Die Kuh droppt nicht nur drei Fleischer, sondern auch mal fünf oder so Oder vier Oder was immer Und, äh, ja Relativ einfaches Manchmal spricht es mal wieder Und natürlich nicht so schwer soll sich das sein Aber Mag ist ja doch schwer, ne? Naja, ich weiß es nicht Und, äh, ja Und, äh, ja Wenn euch das Video gefallen hat Dann lasst eine positive Webseite Habt nie vergessen Und, ciao